Der Geländestapler ist das Manitou Urprodukt und 60 Jahre später ist er immer noch brandneu. Ich bin hier vor dem MC18 zusammen mit Harald Breitenstein, Product Manager. Hallo Harald. Manitou behauptet den Geländestapler neu erfunden zu haben. Ganz schön mutig. Ja genau, aber das hat auch ganz viel zu tun mit zurück zu den Wurzeln, back to the roots, mit unserer 60-jährigen Erfahrung, die wir in Sachen Geländestapler haben. Was heißt das nun genau? Geländestapler müssen geländegängig sein, müssen komfortabel sein heute, müssen Leistung haben und all diese Punkte haben wir umgesetzt. Du sagst mir also, der MC18 geht auf jedes Gelände mit jeder Last. Na klar, mit 30 cm Bodenfreiheit, mit Allradantrieb, mit Drehmoment geht der überall durch. Festfahren gibt es nicht mehr. Und wie war das mit dem Komfort? Also ich erwarte nicht einen Riesenkomfort von einem Geländewagen. Mitnichten. Wir haben eine Rundumsicht. Ich kann das ganze Feld einsehen, ich kann auf die Last sehen. Ich habe eine exzellente Sitzposition, einen niedrigen Einstieg und ich habe nur 79 Dezibel, was so leise ist, was so angenehm ist, dass ich auch morgen keine Angst habe, auf das Gerät zu steigen. Wie ist das denn möglich? Durch eine zweischichtige Motorhaube, die mit Kompositmaterialien zusammengesetzt wird und die absorbiert die Lautstärke. Ah, eindrücklich. Ich sehe Harald, du bist ganz schön überzeugt von dem Produkt und ich denke, ich werde den MC18 selber testen müssen. Gerne, herzlich willkommen. Aus einer guten DNA kann auch nur ein gutes Produkt erwachsen. Musik 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 Musik